Aber hey, um 10 macht doch Spaß, oder? Hallöchen meine Lieben, was geht ab dem Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, ich bin zu Hause mit meinem Stinker-Pupsi. Tu mal den Diddy raus. Jetzt. Die kann nicht ohne ihren Diddy am Morgen. Warum? Warum brauchst du den immer? Magst du noch nicht reden? Nein. Ja, wir stecken mit einem Umzugsstress. Gestern haben wir die Roomtour für euch gedreht. Dann haben wir noch eine Reportage in der Wohnung gedreht und eigentlich noch nicht so viel für den Umzug gemacht. Es sind noch neue Möbel angekommen. Genau. Und wir haben dann gesagt, komm, wir fahren nach Hause. Auf. Und nach Hause, gell? Du kannst so schön reden. Essen. Nach Hause, gell? Und tun hier Kartons packen. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, ich glaub, wir haben gestern 15 solche Kartons vollgepackt. Ähm, es sind jetzt keine 15 mehr da, weil der Domi ist jetzt schon losgefahren heute Morgen. Denn mein, unser Ankleide-Zimmer kommt heute. Ja, damit einer in der Wohnung ist. Ja, also wir hatten hier wirklich alles voll stehen mit Kartons. Domi hat die anderen alle mitgenommen. Und er hat auch schon gepackt, wo ich jetzt auf meinem Junggesellenabschied war. Und er hat einfach alles beschrieben. Und da ist seine Shisha drin. Schaut mal, was er da zuschreibt, ey. Das ist so verrückt. Hier, Kamerastuff, Drucker, Drohne. Also wirklich jeden Karton beschrieben, gell? Damit man es nachher wieder auskennt. Ja, hier ist dann auch schon alles leer. Wirklich alles. Und Küche ist jetzt auch schon komplett leer. Leute, wir ziehen hier bald aus. Das ist alles bald nicht mehr unseres. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen frisch gemacht. Damit wir jetzt auch gleich zu Papa fahren können. Davor fahren wir noch kurz zum Einkaufen. Frühstück besorgen. Und dann geht es den ganzen Tag am Rumbergeln. Ich bin mal gespannt, was da der Stand der Dinge ist. Und ich versuche, die Kamera heute wieder ein bisschen mitzunehmen. Und ja, damit wir uns mal... Dass ihr uns ein bisschen an unserem Umzug begleiten könnt. Das ist jetzt, glaube ich, mein dritter... Ne, eins, zwei... Doch, mein dritter Umzug ist das jetzt hier auf YouTube. Ich glaube, die allererste Wohnung, die ihr kennt, das war meine Einzimmerwohnung. Dann bin ich ja in Günzburg umgezogen, in eine größere Wohnung. Dann bin ich hierher mit dem Domi gezogen. Und das ist jetzt meine zweite gemeinsame Wohnung mit dem Dominik. Also total aufregend. Was für eine Action. Wir haben jetzt über eine Stunde gebraucht für 26 Kilometer. 27 Kilometer. Also es ist echt furchtbar, Männchen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind hier. Und hier läuft schon alles auf Hochtouren. Domi hat hier mal alle Kartons schon hochgetragen. Und hier ist er. Mein fleißiger, fleißiger Mann. Auf was wartest du? Auf den Aufzug, wo du eben was runterkriegst mit den Kartons. Und die bräuchte ich gerne hier in der Wohnung. Danke. Noch mehr Kartons, noch mehr Kartons. Das ist erstmal die Ladung 1. Ich glaube wir müssen nochmal das Doppelte, das Dreifache an der Menge noch umpacken und hochtragen. Du. Was? Du wirst schon alt. Ich werde alt. Ja, das hat man da im Instagram Posting gesehen. Zeig das mal. Wie hast du das eigentlich gemacht? Mit so einer Alp? Aha. Richtig, richtig cooler Typ. Das macht der Umzug. Ich habe sogar mehr Auswahl. Schau mal, das schaut doch auch voll der Stylo-Opi. Wow, Schatz, du siehst so heiß aus, wenn du alt bist. Aber schau mal, Body bleibt. Ich bin mal am Saufen. Ich bin auch stärker hier. Hier läuft es komplett auf Hochtouren. Ich zeige euch mal hier. Da ist Vollgas am Arbeiten. Ich wollte euch mal ganz kurz ein kleines Problem zeigen. Ein kleines schwarz... Ein kleines summendes Problem. Ein kleines schwarz-weiß gestreiftes summendes Problem. Schatz mal ganz kurz. Ganz kurz. Ein kleines schwarz-weiß Zebra-Problem. Schwarz-gelb gestreiftes Problem. Wir haben hier ein ganz großes Zebra-Problem, Leute. Ja, wir haben hier ein Zebra-Nest. Nein, wir haben hier ein Bienen-Nest. Ein riesengroßes. Ich zeige euch das mal hier. Auf dem Balkon in der Ecke. Da seht ihr die Macker. Und da unten, genau da wo die jetzt reingeht, genau da ist das Bienen-Nest. Also ich schätze mal schon, dass das so groß ist. Ja, mindestens. Und hier oben schwirren halt auch irgendwie... Ein paar Romen rum und so. Ja, ist schwierig. Wir müssen mal gucken. Also hier haben sie schon so ein kleines Nestchen gehabt. Minimal. Hier auch minimal. Aber das da unten ist halt... Aber das da unten ist halt schon krass. Achtung, Pflanze. Mia schläft jetzt. Sarah seufzt immer noch. Wie lange brauchst du dich für so eine kleine Karriere? Ich gehe nicht so erschossen. Ich muss jetzt gleich zur Autovermietung einen großen Sprinter holen. Denn ich hole unsere Couch ab. Und ich zeige euch mal die Wohnung jetzt. Ich bin übrigens schon die ganze Zeit dabei, die Blumen auf dem Balkon zu richten. Weil wir haben richtig viele so Blumentöpfe da. Und die sehen aus. Also ich versuche halt da unten die ganzen Blätter sauber zu machen. Und halt, dass die wieder schön aussehen. Wenn manche schon ziemlich ausgetrocknet sind. Wie hier zum Beispiel. Wir müssen die jetzt anschließen an der Zeitschaltuhr. Damit die immer bewässert werden. Und damit die wieder schön blühen und alles hier grün ist. Hier ist eine ganze Kiste voll mit Dekosachen für Mias neues Kinderzimmer. Also ich zeige das euch dann alles eh mal in Ruhe, wenn dann alles steht. Aber wie süß ist das bitte? Oder hier eine Einhorn-Decke. So richtig viele schöne Accessoires sind da drin. Ja und Bilder und Decken und ja. Also das muss ich mal in Ruhe, wenn hier bisschen Ordnung ist. Alles auspacken. Denn so sieht es hier gerade aus. Alle Möbel, alle neuen Möbel sind gekommen. Und die werden gerade auch aufgebaut. Und da hinten sind schon ein paar aufgebaute Möbel. Also es ist wirklich hier komplette Baustelle gerade. Ja und so sieht aktuell Mias Zimmer aus. Also auch vollgestellt mit Kartons. Weil überall neue Möbel drin sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Aber wir haben uns dazu entschlossen, die komplette Wohnung eigentlich mit neuen Möbeln auszustatten. Wir nehmen eigentlich nur mit der Mia ihr Bett und der Mia ihr Wickeltisch. Und der Rest ist wirklich komplett neu. Die Möbel daheim. Das sind einfach so auch schon viele ältere Möbel, die ich von meiner ersten Wohnung habe. Domi von seiner Wohnung. Das haben wir alles halt einfach so zusammen gemixt. Und das hat irgendwie keinen so klaren Stil. Und uns ist es wichtig, dass die Wohnung einfach so vom Stil, von der Stilrichtung her und von den Farben her einfach komplett zusammenpasst. Das alles harmoniert. Damit wir uns hier einfach komplett wohl fühlen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Möbel zu Hause herzugeben, weiter zu verkaufen. Genau. Und die meisten Möbel, die wir jetzt hier haben, also die, die jetzt hier aufgebaut werden, sind von West Wing. Aber in einer Loom-Tour werden wir dann euch alles ganz genau zeigen. Genau. Dieser Einbauchschrank ist jetzt auch da. Also das ist jetzt mein Kleiderschrank und mias Kleiderschrank. Und den haben wir bei Ikea selber so konfiguriert. Und der wurde jetzt heute von Ikea gebracht und hier eingebaut. Und genau, ich habe jetzt hier so einen großen Schrank. Da kommen Schuhe rein zum Beispiel. Und da habe ich überall so ausziehbare Bretter jetzt genommen. Hier dann auch wieder so Schmuckfächer und Gürtelfächer und sowas. Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, noch mehr Schubladen zu nehmen, wie jetzt in der alten Wohnung. Hier auch noch einen Schrank und hier auch. Und ich habe alle Schwinkel mit Beleuchtungen jetzt gemacht. Also hier auch. Ja, ich finde das irgendwie richtig cool. Das wird mir ihr Schrank werden. Mit zwei Stangen und auch ganz, ganz vielen Schubladen, weil wir uns das Zimmer ja teilen werden. Und hier habe ich einen Schrank mit Spiegel gemacht, damit ich hier für euch meine Hauls drehen kann. Meine Fashion Hauls oder sowas. Denn ich glaube, hier hat man ganz gutes Licht. Ich glaube, das wird so mein neuer Spot sein, um die Hauls zu drehen. Genau. Und hier kommt jetzt noch mein Schminktisch hin und den Schminkschrank, den ich habe mit meinen Parfums. Und dann ist das wirklich so Millimeterarbeit. Dann müsste das eigentlich komplett gut aussehen. Da wird dann noch so ein Sessel hinkommen und so eine goldene Kleiderstange und sowas. Also es wird schon noch sehr schön werden. Ich mache mich jetzt mal in die Küche. Die ist jetzt geputzt und geschrubbt komplett. Und räume jetzt hier die ganzen Küchenkartons aus. Habe jetzt hier schon die Kaffeemaschine aufgebaut und den Thermomix. Ja, und mache mich jetzt hier. Ich habe schon drei Kisten übrigens ausgeräumt. Ja, aber die Küche ist so riesig. Das sieht aus, als wenn irgendwie noch gar nichts drin ist. Naja. So, im Wohnzimmer wird langsam ein bisschen mehr Platz. Und hier sind auch schon ein paar Möbel, die hier gleich aufgehangen und aufgebaut werden. Und hier draußen ist unsere neue Wohnzimmerlampe. Geil. Die wollte ich unbedingt haben. Ja, und der Tisch ist schon aufgebaut. Die Sonne scheint gerade voll. Und ein Hockerle hier draußen. Also es nimmt langsam Form an. Ich bin jetzt fix und alle. Habe jetzt die Küche komplett eingeräumt. Die ist jetzt wirklich fertig. Alle Küchenkartons sind leer. Und Mia hat mir geholfen. Ja. 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 Was ist Mia? Und ich habe jetzt so Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag nur eine... Mia, du musst leise sein. Nur eine Brezel gegessen habe. Ich muss jetzt warten. Domi kommt jetzt gleich mit Ivan. Und die bringen das unser neues Sofa. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und dann müssen wir irgendwas zum Essen zu bestellen. Klingelt's? Ja, komm, guck mal mal. Unser erster Besuch hier in der Wohnung ist da. Gell? Ja, soll man dir alles zeigen, ne? Wohin gehst du, Mia? Hallo. Sie versucht einfach die Türe aufzusperren. Die nächste Ladung ist hier. Was kommt denn da? Was kommt denn da? Wir haben hier was für Sarah. Was? Ich habe gekocht, Schatz. Für uns alle. Es gibt Pizza. Eine kleine Stärke. Und ich habe so Hunger. Ich glaube, ich habe mir aber zu wenig bestellt. Das ist für mich. Wir haben mittlerweile 19.30 Uhr und immer noch in der Wohnung. Und ich kriege hier schon Pickel. Okay, Spaß. Die habe ich irgendwie schon seit heute Morgen. Aber das Sofa. Also es ist eigentlich das glitzig gleiche Sofa, was wir da hinten übrigens da fällen. Habt ihr die schon gesehen? Das Sofa. Was machst du da draußen? Was machst du da? Baden. Baden. Ja, aber ohne Wasser. Und ohne Sonne. Also ich wollte sagen, dass dieses Sofa das glitzig gleiche Sofa ist, was wir zu Hause haben. Und das Sofa ist einfach so toll, dass wir uns das nochmal bestellt haben. Aber halt in einer anderen Farbe. Und das Sofa in Braun, das kommt jetzt zu meiner Mama nach Hause. Genau. Das stellen die sich auf. Die haben den Sofas kaputt, also so komplett durchgelegen. Und das Sofa müsste eigentlich dann ganz gut passen zu unseren neuen Esszimmerstühlen. Und zu unseren Küchenbarhockern. Ja, also ich glaube, das Bild wird halt insgesamt schon cool aussehen. Bevor wir jetzt Feierabend machen, haben wir noch was richtig geiles entdeckt. Schau mal an mir. Schau mal. Warte. Wir haben hier überall Licht. Wie ihr sehen könnt, hier komplett dem Balkon entlang. Wie geil ist das? Wie geil. Das ist mega. Vor allem abends. Das wird so geil ausschauen, weil es um den kompletten Balkon geht. Bis dahinter. Bis dahinter so. Das haben wir gar nicht gesehen. Wir sind wieder daheim. Und was machen wir? Das alles ist aus meinem Kleiderschrank. Bis auf den vorderen. Der ist aus dem Badestimmer. Es ist echt abhartig. In den Kisten sieht man erstmal wie viel man hat. Weil mein Kleiderzimmer ist eigentlich immer noch komplett voll. Das ist, was ich jetzt in den... Das ist jetzt das, was ich schon ausgeräumt habe. Und hier bisschen. Und hier bisschen. Aber es ist immer noch komplett voll. Schatz, ich glaube, wir brauchen 100 Kartons für unsere Klamotten. Oder weniger Klamotten. Unsere kleine Prinzessin hat mittlerweile aufgegeben. Sie ist eingeschlafen. Wir räumen jetzt noch ein bisschen rum. Und dann werden wir auch schlafen gehen. Eher die ganzen Schubladen im Badezimmer müssen noch ausgeräumt werden. Aber hey! Umziehen macht doch Spaß! Oder? Es ist uns einfach kein Ende. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Wir haben jetzt noch 13 Kartons zusammengepackt. Und machen jetzt auch langsam Feierabend. Wir sind aber echt gut vorangekommen heute. Wir haben ja die Couch noch gebracht und allem drum und dran. Ja, und einige Möbel sind auch schon aufgebaut, nur noch nicht halt hingestellt. Die Küche ist soweit fertig eingerichtet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir drüben schlafen können. Unser Bett, die Fernseher. Ganz wichtig, dass wir dort schlafen können. Unsere Klamotten, ganzen Kosmetik-Sachen von Sarah. Badezimmer-Sachen. Also eigentlich schon noch sehr, sehr viel. So die wichtigsten Sachen fehlen natürlich noch. Wenn alles fertig ist, werden wir natürlich auch eine krasse Roomtour drehen. Und euch alles sagen, wo wir was her haben. Aber das dauert noch. Aber ganz kurz, Katrin Roger. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch begrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit... Mit Hashtag Team Harrison. Und mal ganz kurz, das Problem mit den... Schwarz-Weiß gestreiften Bienen. Die fliegenden Zebras. Darum müssen wir uns auch noch gewannen. Ja. Wir haben vorhin mal angerufen bei der Hausverwaltung. Und entweder muss die Feuerwehr her oder der Kammerjäger. Also es wird spannend. Dem, dem, dem. Naja, wir machen jetzt Schluss. Das wird nichts mehr. Ja. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ciao meine Lieben. Ich wollte's so machen. Mach zu. Danke. Danke. Danke.